Kristall Bärms Fuck und Bärms Danke Ich will nicht kämpfen Oh fuck Och noch so ein Typ Ok wie mach ich das? Scheiße ich hab nicht aufgefüllt Dann mach ich das jetzt schnell Danke Geno Bam Bam Der sieht mir gefährlich aus deswegen mach ich den kaputt Obwohl dieser Typ bei der Maske viel gefährlicher ist Ja genau du Spack Bärms Du umarmst uns alle mal schön Danke Ok Ich glaub ich hab so langsam mein Kind gefunden Also Peach muss auf jeden Fall rein Weil die geht ab Was steht denn hier? Ja Äh entdecke das Geheimnis der 6 Hinweise Da sie von verschiedenen Leuten verfasst wurden Wird es ziemlich schwierig sein Vielleicht sogar unmöglich Oh fuck Das freut mich ja jetzt schon wieder Das ist ja wieder total motivierend Bärms Bam Bam Bärms Und Bärms Und Bam Bam Und er ist immer noch nicht tot So So Dann knurrt sich Geno schon mal an den nächsten Peach schlägt weiter hier mit drauf Und Mario auch Und Jetzt Steckt Geno mit hier drauf Bam Peach Und Mario auf den anderen Ja Taktik For the win Was macht Geno hier drauf Peach Da drauf Und Mario Hier drauf Und sterben die langsam Achja die sind ja letztes Mal auch nur durch Ach Ja Ich glaub die können nicht sterben Außer ich greif sie Und Was ganz tollem an Nämlich Zum Beispiel mit Sprung Ja Und schon sind sie tot Oder Geno strahlen Wie viel Schaden macht er jetzt eigentlich Oh na What the Geno geht ab Items Und So Mehr brauche ich erstmal nicht Was denn hier los Was war das denn Was hab ich gekriegt Ach bestimmt Warte 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 Hab ich Nö Was hat Ist doch egal So was seid ihr für Mäuse Gassenratte Und tot Bin ich irgendwie ein bisschen overpowered oder so Fragezeichen Irrlicht Geno Und Geno ist tot Gut Dann weiß ich wen ich heilen muss Ich glaub ich muss sie da Ich muss sie alle heilen Stirb du Spack Danke Bauer Bauer Reicht Levit Gift Gas Und Geht weiter auf Power Falls ich bauer wirklich noch einsätze dann Power 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 Der wird bestimmt noch krass So ich kämpfe jetzt alle Und obwohl das bestimmte total uninteressant ist und so Was ist 96 Bauer Was ist 96 Bauer Bauer Tschüss Bauer 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 Yippie yahoo Und Ich muss jetzt immer nochmal gucken 233 Hundert Bauer Bauer 60 und ja boom boom und ja noch eine maus boom und ach der stirbt bam danke und tot ne doch noch nicht so jetzt aber tot so wieder eine schöne Hüpfsequenz super super das hat sich jetzt richtig gelohnt oh kristall boom oh fuck boom tot und Mario reicht Level 13 ich geh bei ihm auf HP hm was ist das denn warum ist da oben ein Schalter hallo du hallo du Spack hä was muss ich denn machen das verstehe ich nicht komm gehen wir in den nächsten Raum blitzke go das sind wahrscheinlich wieder so die dämlichen Rätsel und ich muss sie alle lösen bams ich mach jetzt glaube ich erstmal Pause so was ist das denn schüttelverlust oh fuck und das klappt wieder nicht das klappt auch nicht boing boing ok das wird doof die muss in der Mitte ungefähr die muss so und keine Ahnung ja jetzt muss ich auf einmal weiter so das ist wieder zu weit ja war klar das ist wieder zu kurz ja oh das ist dumm so und danke ein Blumenteil Notiz von Magellan man findet es am Meeresgrund Sand und jetzt will ich wissen wie war wie ging das denn jetzt Notiz von Magellan im Wort befindet sich ein N scheiß ich hab das so fuck also im Wort befindet sich ein N und es ist irgendwie ok das kann irgendwie wird es spannend keine Ahnung irgendwie nicht dass ich das dann vergesse und so deswegen mach ich jetzt noch weiter außerdem hab ich doch ungefähr drei Minuten nein ich mach kein Genowirbel ja was und natürlich trifft Peach nicht weil sie ist ja so dumm und lässt sich von allem treffen Peach Girl Bams so endlich hast du mal irgendetwas getroffen bumm tot ne doch nicht aber du sollst sterben der ist so unfair dieser Ficker danke und gehen wir erreicht Level 12 bei ihm gehen wir auf die Power weil ach ja magisch magic defense